Musik Giraffen leben in den Steppen und Savannen Afrikas. Sie können eine Höhe von bis zu 6 Metern erreichen. Ihr Hals ist bis zu 2,50 Meter lang und wiegt rund 250 Kilogramm. Der Hals wird von nur einer einzigen Sehne gehalten. Doch obwohl sie einen so langen Hals haben, besitzen Giraffen nur 7 Halswirbel, so wie nahezu alle anderen Säugetiere auch. Allerdings sind die Halswirbel stark verlängert. Das Herz der Giraffe wiegt bis zu 11 Kilogramm und ist besonders leistungsstark. Es kann bis zu 60 Liter Blut pro Minute durch den Körper pumpen. Eine besondere Herausforderung an das Gefäßsystem ist es, wenn die Giraffe den Kopf zum Trinken nach unten beugt. Eigentlich würde das Blut ungehindert in den Kopf schießen. Das wäre lebensgefährlich. Ein Netz elastischer Blutgefäße sitzt nah am Hirn. Es nimmt zusätzlich Blut auf und führt somit zur Entlastung. Musik Giraffen leben in den Steppen und Savannen Afrikas. Sie können eine Höhe von bis zu 6 Metern erreichen. Ihr Hals ist bis zu 2,50 Meter lang und wiegt rund 250 Kilogramm. Der Hals wird von nur einer einzigen Sehne gehalten. Doch obwohl sie einen so langen Hals haben, besitzen Giraffen nur sieben Halswirbel. So wie nahezu alle anderen Säugetiere auch. Allerdings sind die Halswirbel stark verlängert. Das Herz der Giraffe wiegt bis zu 11 Kilogramm und ist besonders leistungsstark. Es kann bis zu 60 Liter Blut pro Minute durch den Körper pumpen. Eine besondere Herausforderung an das Gefäßsystem ist es, wenn die Giraffe den Kopf zum Trinken nach unten beugt. Eigentlich würde das Blut ungehindert in den Kopf schießen. Das wäre lebensgefährlich. Ein Netz elastischer Blutgefäße sitzt nah am Hirn. Es nimmt zusätzlich Blut auf und führt somit zur Entlastung. Musik Giraffen leben in den Steppen und Savannen Afrikas. Sie können eine Höhe von bis zu 6 Metern erreichen. Ihr Hals ist bis zu 2,50 Meter lang und wiegt rund 250 Kilogramm. Der Hals wird von nur einer einzigen Sehne gehalten. Doch obwohl sie einen so langen Hals haben, besitzen Giraffen nur sieben Halswirbel. So wie nahezu alle anderen Säugetiere auch. Allerdings sind die Halswirbel stark verlängert. Das Herz der Giraffe wiegt bis zu 11 Kilogramm und ist besonders leistungsstark. Es kann bis zu 60 Liter Blut pro Minute durch den Körper pumpen. Eine besondere Herausforderung an das Gefäßsystem ist es, wenn die Giraffe den Kopf zum Trinken nach unten beugt. Eigentlich würde das Blut ungehindert in den Kopf schießen. Das wäre lebensgefährlich. Ein Netz elastischer Blutgefäße sitzt nah am Hirn. Es nimmt zusätzlich Blut auf und führt somit zur Entlastung. Und über den Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020